hallo meine lieben heute möchte ich mit euch dieses bild malen das ist wieder mal so eine spielerei mit meinen bergen diesmal mit schnee es wird ja kälter ja ich hoffe es macht euch spaß beim zusehen und versucht es doch selber malen es ist ganz ganz einfach über einen daumen hoch oder ein abo würde ich mich sehr sehr freuen oder einen netten kommentar der rahmen ist geklebt mit crepe band und schon beginne ich zu malen der hintergrund wird erstmal mit wasser angefeuchtet und dann mit farbe bemalt so schaffe ich einen weichen übergang erst wenn der himmel ganz trocken ist beginne ich mit dem vordergrund sonst läuft mir die farbe in den himmel hinein und und Amen. 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 Wenn wieder alles gut getrocknet ist, beginne ich die Ausarbeitung mit den Gelstiften. Amen. Traut euch ruhig, kreuz und quer zu malen. Das Bild ist nun fertig und nun seht ihr wie immer ein paar Details. Amen. 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 Amen.